Hier sind die Gäste von Schalke 04 und der Hamburger SV. Und für die Aufstellung des Hamburger SV, die Nummer 1, Bernd Leido. Die Nummer 5, Thomas Araujo. Die Nummer 5, Neuwein. Die Nummer 15, Reims. Die Nummer 6, Patrick Osterheide. Und für die Nummer 9, Schienmann. Die Nummer 5, Skype. Vielen Dank für Mauerburg und Info-Experimentario. Viel Spaß mit dieser Partie. 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 Applaus Applaus JR東日本E233系電車 手前計 Norddeutscher Rundfunk 2021 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 Das war's. 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 Das war's.